Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lager und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht es um ein neues Feature, was aktuell auf dem PTR ist. Und zwar haben wir hier das Feature Mists of Pandaria Remix. Und wie ihr seht, geht das Ganze jetzt nur noch einen Tag. Das ist ein temporäres Feature, was aktuell getestet wird. Soll live kommen mit Patch 10.2.7. Dieser Patch 10.2.7 kommt irgendwann in der vierten Season. Und dann wird man temporär auch dieses Event Mists of Pandaria Remix spielen können. Ich will euch jetzt mal erklären, was das im Grunde nach ist, dieses Event. Und wir wollen uns die ganzen Händlerbelohnungen angucken. Das sind einige. Es gibt auch einen Haufen Achievements bzw. Heldentaten. Die würde ich aber sagen, machen wir dann nochmal in einem extra Video. Weil ich vermute jetzt mal nur, dass das schon relativ lang wird. Ich habe mir schon einen Char gestellt, habe mir das ein bisschen angeguckt. Wir werden uns jetzt aber kurz einen neuen machen, dass ich euch so ein bisschen besser näher bringen kann, wo wir starten und was das Ganze mit auf sich hat. Also, wir können jetzt hier auswählen zwischen einem Standard Char und einem Zeitläufer Char. Und ja, wir wollen den Zeitläufer Char erstellen. Das erkennt ihr dann auch an dieser Sanduhr, an diesem Sanduhr-Symbol. Der ist dann quasi auf diesem gesonderten Ream, würde ich jetzt mal sagen. Also, es ist ähnlich wie ein Plunderstorm, dass es eine abgetrennte Version ist. Aber hier habt ihr wirklich normale WoW-Charaktere, die ihr auch leveln könnt. Und ja, das machen wir jetzt mal. Also, wir wählen es aus. Und jetzt können wir uns einen Char erstellen. Ich mache mir jetzt einfach, just for fun, mal hier nochmal einen Druid-Nachtelf. Da bin ich so ein bisschen mein Steckenpferd. Und den nennen wir jetzt einfach mal Teli. Keine Ahnung, Tela habe ich jetzt selber schon benutzt. Und ihr seht, der ist direkt Stufe 10, auch wenn es ein Mensch, äh, ein Mensch, sage ich, ein Nachtelf ist, der ja eigentlich nicht als verbündetes Volk gilt. Und jetzt locken wir einfach mal mit dem einen. Ihr seht schon, wir haben direkt den Mists of Pandaria Ladescreen. Und jetzt ist es so, dass wir quasi nicht wie die Chars normalerweise im Startgebiet landen, sondern es landen alle Chars auf dem selben Spot. Und zwar, wir sind jetzt hier auf der Timeless Ice. Jetzt machen wir hier das mal alles ein bisschen weiter nach außen, dass ihr auch ein bisschen was seht. Und ihr seht schon, hier sind wirklich einige Leute. Und wir sind jetzt hier quasi auf der Timeless Ice, oder im deutschen Zeitlose Insel. Und hier beginnt quasi unsere Reise mit ein paar Quests. Und ja, das sind hier, glaube ich, drei, vier Quests, die wir hier erledigen müssen. Und wir können hier auch was überspringen. Ich habe das nämlich mit dem anderen Chars schon gemacht. Wir wollen es jetzt aber uns mal kurz angucken. Und zwar müssen wir am Anfang hier ein paar Bosse töten und ein paar Mobs umhauen, ein paar Portale schließen, nichts Specialiges. Und das Ding ist, es gibt hier eigentlich keinen normalen Loot mit Gold und Items, zumindest im großen Teil nicht, sondern ihr lootet hauptsächlich eine Währung. Und diese Währung ist diese Bronze, die wir hier sehen. Und diese Bronze können wir dann dementsprechend für alle möglichen Sachen hernehmen. Ihr seht schon, hier haben wir einen Händler, der uns verschiedenste Mounts verkauft. Ihr seht schon, das sind alles Recolor Mounts. Die werden wir uns noch mal im Detail angucken. Wir haben auch verschiedene Toys dabei. Viele Toys sind hier quasi mit implementiert oder so gut wie alle aus der Expandation, also Mists of Pandaria. Und von der Questreihe funktioniert das quasi so, dass ihr am Anfang kurz hier questet und danach werdet ihr, je nachdem ob ihr Horder oder Allianz seid, fangt ihr ganz normal in euren Startzonen an und questet die ganz normalen Quests durch. Kriegt dafür halt keine normalen Items, sondern ihr bekommt diese Bronze, beziehungsweise ihr bekommt Kisten, wo ihr dann Gear drin habt. Und so wie das ausguckt, kann man das Gear auch upgraden. Das werde ich euch in den Hard-Aumen noch zeigen. Beziehungsweise es gibt dann spezielle Sockel-Slots, wo man Sockel mit besonderen Effekten reinsockeln kann. Aber auch das gucken wir uns vielleicht dann nochmal separat an, sobald das Ganze soweit ist. Hier wollen wir uns jetzt erstmal nur das Grundlegende anschauen, beziehungsweise einmal auf die Belohnung eingehen. Aber so ist dieses Grundsystem. Man hat dann auch nochmal einen Special-Umhang, den man anscheinend auch weiter upgraden kann und der dann auch für Twings anscheinend verfügbar ist mit einer Erhöhung der Erfahrung, die man erhält. Heißt, wenn man mit einem Char hier ordentlich durchzieht, kriegt man mit den anderen Chars immer mehr EP, beziehungsweise mit dem eigenen Char anscheinend kann man den Umhang auch schon mehr Level erhöhen und bekommt damit auch mehr EP. Ihr seht jetzt auf der Map haben wir so Bazaar-Icons und das sind immer die Spots, wo wir uns einen Haufen Stuff kaufen können. Ich habe mich mit einem anderen Char schon mal in einen dieser Spots hingestellt und da werden wir uns jetzt gleich mal die ganzen Sachen eingucken. Jetzt würde ich sagen, machen wir just for fun mal hier diesen Skip und schauen wir mal, wo wir dann rauskommen. Ah, damit skippen wir jetzt quasi hier diese Quests, das sind wie gesagt vier, fünf Quests und jetzt muss ich mal gucken, ah, jetzt kriegen wir auch den Umhang hier, seht ihr, da haben wir den. Das ist quasi, ja, das ist jetzt nicht Legendary, aber hat nochmal quasi so eine Artefaktwaffe, Artefaktwaffe quasi die Farbgebung und das ist unser Special-Umhang, den wir dann erhöhen können. Und ja, sobald wir jetzt hier durch sind, geht es quasi dann weiter, dann können wir mit ihm hier quatschen und dann müssten wir eine Videosequenz kriegen, die skippen wir jetzt mal schnell. Das ist einfach halt quasi ganz normal die Start-Quest von Mist of Pandaria und jetzt geht's hier bei der Allianz los mit dem Luftschiff, ne, also ihr questet dann quasi halbwegs normal durch. Es gibt ein paar Zusatz-Extra-Quests, aber das meiste ist die normale Quest-Reihe. Gut, so viel dazu, dann würde ich sagen, locken wir einmal um und dann gucken wir uns mal am Bazar an, was wir da alles an Items haben. Kleiner Fun-Fact am Rande, das normale Fliegen mit den normalen Flugmounts ist relativ langsam hier, also mit einem Zehner-Char könnt ihr auch schon auf dem Flugmount aufmounten, seid aber extrem slow. Was aber geht, das Drachenfliegen ist hier freigeschalten. Ich weiß jetzt nicht, da es hier noch PTR ist, ob es gewollt ist oder ob es nicht gewollt ist, aber ihr könnt auf jeden Fall mit einem Drachenfliegen rumfliegen. Und damit seid ihr eigentlich ähnlich schnell wie in Dragonflight auch. Das habe ich auch gemacht. Ob das natürlich so implementiert wird, ist jetzt zu spekulieren nur, also kann man nur spekulieren, weil wir schlichtweg im PTR das noch nicht natürlich wissen, wie es dann im Endgame ist. Genau, jetzt sind wir hier einmal umgeloggt auf meinen anderen Druid, den ich jetzt schon hier zu so einem Bazar geflogen habe. Und ja, ich bin jetzt hier einmal quasi im Kunlai-Gipfel an dem Bazar. Ich war auch schon in dem am Jade, im Jade-Wald hier oben. Die haben aber relativ gleich die gleichen Items. Hier fand ich es aber ein bisschen besser, quasi wenn man die NPCs quasi alle auf einem Spot hat. Hier gibt es auch noch zusätzlich quasi einen Haufen NPCs, die uns jetzt Sachen verkaufen. Und wir haben hier auch Quests, wo wir dementsprechend auch wieder Sachen für die Sockel bekommen können, beziehungsweise Kisten mit Schätzen. Da wurde mir gesagt, da können halt dann sowohl die Gear-Items drin sein, als auch halt kriegen wir halt ein bisschen Bronze. Also ja, ich habe jetzt selber, muss ich dazu gestehen, meinen Schar hier noch nicht großartig gelevelt. Ich habe mir jetzt nur erstmal die Belohnungsstruktur quasi von dem Ganzen angeguckt. Heißt, da kann natürlich sein, dass es hinten raus noch ein bisschen mehr gibt. Als allererstes würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal hier den Upgrade-NPC an. Und bei dem können wir unsere Items upgraden. Und zwar, wir haben hier Upgrade-Stufen bis 36. Alle Upgrade-Stufen brauchen nur die Währung, die Bronze. Und die Bronze bekommt ihr von normalen Gegnern, die bekommt ihr von Quests. Die bekommt ihr, wenn ihr Dungeons abschließt, wenn ihr Szenarios abschließt, wenn ihr Raid-Bosse tötet, kriegt ihr die. Also im Endeffekt, alles, was ihr macht, bringt euch irgendwie Bronze. Wie dann natürlich die Gewichtung ist, muss man gucken. Was ist dann am effizientesten zu farmen? Wird es am Ende am effizientesten sein zu raiden, zu questen, Szenarios zu machen, Dungeons zu machen? Das muss man herausfinden. Soweit bin ich tatsächlich jetzt auch noch nicht. Aber nur, dass ihr so wisst, wo die Reise hingeht. Genau, ihr seht, man kann das upgraden. Ob das natürlich so live kommt, wissen wir nicht. Aber wenn ihr es auf die maximale Stufe upgradet, habt ihr 42.000 Ausdauer auf dem Item drauf. Und auch irgendwie 4.400 Lebensraub. Also die Statschen schon krass. Item-Level 556. Die Chars sollen ja am Ende von Dragonflight beziehungsweise mit dem Pre-Patch von Warwick Inn anscheinend auf die Live-Server überführt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob man dann so einen krassen Char hat. Vom Item-Level ist es, glaube ich, ähnlich wie Item-Level aus der 4. Season. Aber die Stats sind wesentlich höher. Also die Ausdauer, ich glaube, da haben sie irgendwas vermurkst. Aber wie gesagt, das Ganze ist ja nur PTR. Also hier können wir das auf jeden Fall upgraden. Dann schauen wir uns jetzt mal die kompletten Items an, die die Händler haben. Und hier gibt es wirklich, wie gesagt, einige. Wir haben zum einen eine Händlerin, die verkauft uns Items anscheinend für diese Sockel. Da kann ich euch ehrlich gesagt noch nicht viel zu sagen. Da kann man wie gesagt Sockel erstellen auf quasi in das Gear rein. Es sollen, glaube ich, 5 Sockel in das Gear gehen, die verschiedene besondere Effekte haben. Also das sind nicht nur Stats, sondern die haben halt irgendwelche Fähigkeiten. Aber wie gesagt, das soll jetzt nicht Teil des Videos sein. Bloß, dass ich es mal erwähnt habe. Und was wir uns jetzt angucken wollen, sind jetzt die Händler, die hier hinten stehen. Und zwar, es gibt einen Händler, der verkauft Mounts. Und ihr seht, hier kosten die Mounts 2200 Bronzer. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben quasi hier einen Haufen Recolor Mounts. Also das sind neue Mounts mit anderer Farbgebung. Und zwar, wir haben diese Flugscheibe mit... Wir müssen sie gleich einmal anklicken. Also ihr seht, hier haben wir eine graue Flugscheibe. Wir haben so eine bisschen goldene. Und dann haben wir so eine Bronzeart, eine Flugscheibe. Das sind wie gesagt quasi Recolor-Dinger. Dann haben wir hier so einen Gleiter. Das ist auch ein Recolor. Dann haben wir von denen hier einmal... Wie heißen denn die Kraniche? Sind das alles genau? Ja, haben wir einen so ein bisschen dunkelrötlichen. Dann haben wir einen, ja, ich würde sagen, so einen lila-pink Bereich gehenden. Dann haben wir so weiß-bläulichen. Dann haben wir einen gelblichen. Das ist schon so ein, ja, ein ziemliches pink. Und dann haben wir eher noch einen matteres lila hier. Und einen haben wir sogar noch mit grünen. Schönen, ja, der sieht fast ein bisschen krank aus, muss ich sagen. Als nächstes haben wir Ziegen. Und zwar einmal eine graue. Und dann haben wir so eine rötliche Ziege. Dann haben wir quasi das Galleon-Mount in verschiedensten Farbvarianten. Hier in gräulich. Dann hier in einem matteren Grün. Ich glaube, das Galleon-Mount ist ja insgesamt eher in einem helleren Grün. Das werden wir aber nachher auch noch sehen. Weil die Mounts, die es quasi im Live-Game auch gibt, können wir ja auch kaufen für mehr Marken. Dann haben wir einen Jack, das ist bräunlich. Oder dunkelbraun haben wir hier. Ein helles braun. Und das ist noch, ja, das ist, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwie schon ganz, ganz helles braun, würde ich jetzt mal sagen. Eher schon Richtung blond, ne. Dann haben wir ein paar Tiger. Und zwar hier den grauen. Warte, ah, nee, Moment, haben wir nur einen Tiger? Okay, anscheinend haben wir nur einen Tiger. Dann haben wir hier diesen Skorpion, den es ja aus SOU, glaube ich, für das Meta-Achievement gab. Und zwar war der, glaube ich, grau. Und hier haben wir einen, der ist so ein bisschen in einem Blauton. Dann haben wir noch einen in einem Grünton. Dann haben wir hier dieses Kreischer-Mount. Das ist, meine ich, aus Thron des Donners von dem Meta-Achievement gab. Da war es mal eigentlich blau. Und hier haben wir jetzt einen roten, einen grünen, dann einen, ich würde mal sagen, lila ist das. Und einen, ja, helleres Gelb. Dann haben wir die Quielen-Mounts. Da gab es, glaube ich, auch welche aus dem Thron des Donners. Hier haben wir ein bisschen so einen Grünstich. Dann der ist so ein bisschen eher Bronze, würde ich sagen, zumindest von der Rüstung. Dann gibt es ein paar von diesen Wind-Ross-Mounts. Und zwar auch wieder einen rötlichen, einen bräunlichen, einen, der ziemlich gelb ist. Und ja, dann sind wir mit den Recolor-Mounts durch. Ihr seht, das sind wirklich seitenweise Recolor-Mounts. Und hier gibt es dann noch einige, die ich schon habe. Und das sind alles die Mounts, die man im Live-Game kriegen kann. Und die sind aber deutlich teurer, ihr seht. Hier, die waren am Anfang 2.200. Dann gibt es ein paar mit 4.400 und 6.600. Und hier geht es jetzt los, 38.000 bis zu 50.000. Und da haben wir jetzt zum Beispiel die Ausgebot von Horidon. Das ist das Mount, das es im Thron des Donners von Horidon gibt. Dann haben wir Kobold. Also ich glaube, ich sage jetzt einfach nur, wo die her sind, sonst machen wir hier zu lange rum. Dann haben wir das Mount quasi von Undasta, dem World-Boss. Dann haben wir das Mount von Shinkun aus Thron des Donners. Dann haben wir hier die Wolkenschlange, die von Hulon aus der zeitlosen Insel droppt. Dann haben wir hier das Mount, das von Nalak droppt, dem World-Boss auf der Insel des Donners. Dann haben wir besagtes Galleon-Mount, was ebenfalls vom Galleon dem World-Boss droppt. Dann haben wir hier eins der Mounts, das von den Kriegshetzern droppt. Das sind ja diese Rares, die in den verschiedenen Zonen in Pandaria unterwegs sind. Dann haben wir die Wolkenschlange, die brauche ich glaube ich nett erwähnen, aus dem Mogushan-Gewölbe von Elegon. Dann haben wir hier die Schar-Wolkenschlange, die können wir jetzt auch beim Händler kaufen. Ich sage nur, ich habe 6000 Thrice dafür gebraucht, just saying. Und dann haben wir hier noch Alani, den wir im Tal zusammen basteln können. Da brauchen wir ja diese, die glaube ich 10 Fragmente sind. Und als letztes haben wir noch den Koloss der Krokron. Das ist das Mount aus SO. Ach nee, schau mal, das hat es für den Mythic Kill gegeben. Ah, da habe ich was durcheinander gebracht. Genau, also das gab es für den Mythic Garrosh Kill und nicht für das Meta-Achievement. Naja, ist schon eine Weile her auch bei mir. Genau, also ihr könnt euch quasi alle MOP-Mounts für viele Münzen kaufen. Und die ganzen Recolor sind ein bisschen günstiger. Genau, so viel dazu. Ihr seht, hier gibt es noch wesentlich mehr Händler. Das war jetzt nur der Mount-Händler. Deswegen meinte ich schon, das wird hier ein längerer Ritt. So, jetzt haben wir hier einen Händler, der verkauft uns pro Klasse quasi zwei Sets. Und zwar hat der ein Set, wenn wir einen Erfolg abschließen, und zwar Insel des Donners mit einem Zeitläufer, eine beliegene Klasse müssen wir abschließen. Und Zeitläufer sind quasi die Chars, die jetzt hier in diesem Panda-Remix-Event hochgespielt werden. Die ganzen Achievements, die wir uns, wie gesagt, in einem extra Video angucken werden, sind hier unter Pandaria drin. Und da ist dann quasi Pandaria-Remix. Und wenn ihr unten guckt, das sind 150 Achievements. Die allermeisten bringen euch einfach Bronze vor Rat. Das ist einfach eine Kiste, wo ihr, ja, die Währung rauskriegt, die ihr bei den Händlern braucht. Ein paar geben auch Items, aber wie gesagt, das gucken wir uns dann nochmal extra an. Das wird das hier sonst ein bisschen in den Rahmen sprengen. Es gibt ein paar Achievements, die bringen euch auch direkt eine Mount-Belohnung zum Beispiel. Genau. Und hierfür müsst ihr halt zum einen Insel des Donners abschließen. Da sind ein paar Achievements, glaube ich, drin, wie erkundet es, hau die Rares um und schließt, glaube ich, den Raid ab und sowas. Und das andere ist hier, müssen wir den Erfolg Landung abschließen. Das ist, glaube ich, die Kampagne, die man hier unten hatte mit der Horde und Allianzlager. Das musste man in einem späteren Patch in MOP quasi mal aufbauen. Und da muss man die ganzen Achievements rund um das abschließen, genau, um die Sets zu kriegen. Das sind zwei klassenspezifische Sets, die, meine ich, auch neu sind. Da seht ihr das, also, wie sehen die gleich aus? Ach, die sind einfach nur von der Farbvariante, sind die ein bisschen heller und ein bisschen dunkler. Okay. Und da gibt es halt für jede Klasse eins, ne? Also, wobei das, ah, das eine sind nur die Waffen. Ah, Moment, da habe ich mich vertan. Das sind, das sind Waffensets. Okay, ich dachte, das ist ein Rüstungsset, aber nein. Das scheinen anscheinend nur Waffensets zu sein. Wobei, das ist ein Rüstungsset und das ist ein Waffenset. Okay. Gut, gut. So viel dazu. Also, es gibt anscheinend immer ein Rüstungsset und ein Waffen. Manche sehen sogar ganz cool aus, muss ich sagen. Genau, aber das müssten, glaube ich, neue sein. Und jetzt kommen wir zu den ganzen alten Sachen. Und zwar gibt es hier einen Händler, der hat, oder der hat hier quasi den Titel Mode der Welt. Und wenn wir jetzt mal reingucken, seht ihr, der hat eine ganze Menge Sets. Und die kosten halt auch hier alle Bronze, ne? Zwischen 2,5 und, ja, manche kosten auch nur 750, ne? Aber es sind halt viele Sets. Und hier ist es so, wenn wir da reingucken, sind das alles alte Sets, die man schon zu Mists of Pandaria holen konnte. Aktuell ist jetzt noch nicht so klar, wie es aussieht, zwecks, was da alles an IDs drauf dabei ist. Denn viele der alten Items kann man sich ja normal im Spiel farmen. Und es gibt aber auch gedataminten Haufen neue IDs. Und es kann auch sein, dass da ein Haufen neue IDs drin sind. Jetzt ist natürlich die Problematik für Leute wie ich, die jetzt ID-Sammler sind. Wenn man jedes unique Appearance hat, also jedes Aussehen von einem Item, dann kann man oft bei so Z-Tokens, so Assemble-Dingern, die Teile nicht mehr kaufen. Und dann kriegt man gewisse IDs nicht mehr. Wenn da jetzt ein Haufen neue IDs drin sind, und ich habe ja damals schon alles groß gesammelt, dann kann ich die nicht kaufen und kommen an diese IDs nicht dran. Also das könnte sein, dass das halt echt blöd für uns Temox-Sammler läuft. Und man dann, wenn man schon viel gemacht hat in Myst of Pandaria, dass man die Tokens nicht mehr einsetzen kann und dementsprechend die ganzen neuen IDs nicht kriegt. Falls denn die alle unter den Tokens sind. Ich habe das jetzt aber noch nicht ausgiebig testen können, weil du musst ja diese ganze Browser erstmal farmen. Und das ist dann schon ein bisschen eine größere Geschichte. Zum Beispiel die, die ich jetzt hier gerade anklick, die müssten alle von der zeitlosen Insel sein. Und der Händler hat halt dementsprechend alle möglichen Sets, die man in den Außenbereichen von Myst of Pandaria kriegen konnte. Der nächste Händler, den wir haben, der hat die kompletten Sets von den heroischen und mythischen Dungeons. Und ihr seht schon, die kosten alle 5000. Das sind alle möglichen Raid-Sets für verschiedenste Klassen. So wie es aktuell gemacht ist, könnt ihr aber auch mit jeder Klasse alle Sets einmal kaufen und lernen. Aktuell soll es anscheinend einen Bug geben, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Druid, wie es ich habe, einen Priester-Set kauft, das nicht angezeigt wird, dass alle Sachen schon erlernt sind, falls man alle Vorlagen einmal hat und man die dann trotzdem nochmal lernen kann. Was prinzipiell ja gut wäre, weil dann könnte man auch, wenn man zum Beispiel alle Unique Appearance von einem Set hat, auch die zusätzlichen IDs noch kriegen. Ob Blizzard dann natürlich das noch fixt, ob das wirklich ein Bug ist oder ob sie das so lassen, das muss man mal abwarten. Ich hoffe, sie lassen es so, weil zum Beispiel hier ist das Druid-Set und das steht schon dran, bereits bekannt. Also ich könnte das Token nicht mehr lernen, obwohl da vielleicht dann auch neue IDs mit dabei sind. Das weiß man jetzt noch nicht so ganz genau. Aber bei den anderen Sets, die ich ja eigentlich auch alle fertig habe, also ich habe in Myst of Pandaria jegliches Raid-Set fertig, steht nicht bereits bekannt dran. Also, naja, da muss man mal abwarten, wie es ist, aber das ist wie gesagt alles noch PTR-Stuff. Dann haben wir hier den nächsten Händler und zwar hat der einfach nur ein paar Consumer-Bills, von Mana-Tränken über Halttränke, Bandagen und verschiedene Raid-Buffs, die man sich draufhauen kann. Das ist jetzt, denke ich mal, nicht so interessant. Drums gibt es auch noch. Dann haben wir als nächstes die Dungeon-Kleidung. Und zwar ist das das komplette T-Mock, das wir in Dungeons bekommen können. Und ja, da gibt es halt auch wieder alle Rüstungsklassen. Und ihr seht, bei den Leder-Items steht natürlich schon überall bereits bekannt dran. Bei den anderen Sachen, wo ich es anscheinend trotzdem aktuell einsetzen kann, steht quasi nicht bereits bekannt dran. Es steht zwar jetzt hier in dem Hinweistext, wie ihr seht, Todesritter, Pandaria, Krieger anscheinend. Aktuell auf dem PTR kann man es aber mit allen Klassen einsetzen. Ob sie das natürlich ändern, muss man mal abwarten. Wenn sie das ändern, dann müsst ihr halt blöderweise, wenn ihr die verschiedenen Rüstungssets haben wollt, mit mehreren Klassen das Ganze spielen, um das mitzunehmen. Also euch da einige Chars hochziehen. Als nächstes haben wir quasi den Händler für das LFR-Gear. Und hier kriegt man halt dementsprechend einfach die kompletten Sets aus dem LFR für die kompletten Klassen. Also hier sind auch wieder einiges dabei. Es sind auch ganz coole Sachen am Start, muss ich sagen, vom Aussehen. Also wer jetzt jemand ist, der zwar gern was T-Mockt, aber keinen Bock hat, in irgendwelchen alten Instanzen so die letzten Teile zu farmen, der kann halt hier über die Bronze sich seine kompletten Sets einmal durch die Kompletti ranholen. Kann eine ganz gute Alternative sein. Man muss halt dann noch ein bisschen gucken, wie schnell man an die Bronze rankommt. Da kann ich euch jetzt aktuell noch nichts sagen. Was ich euch als Tipp aber geben kann, es gibt ja diese Spielzeuge, wo man die Karte aufdeckt. Und es gibt einen Haufen Achievements, das man erkunden muss. Und die bringen halt alle Bronze. Deswegen habe ich auch schon ein bisschen Bronze, weil ich diese ganzen Dinge damit aufgemacht habe. Ich vermute mal, mit jedem neuen Chart kann man die auch wieder einsetzen. Also zumindest geht es jetzt hier auf den PTR. Und dann könnt ihr euch immer Chars erstellen, das Erkundungszeug machen. Und dann habt ihr zumindest, was habe ich jetzt, 1200 habe ich dadurch gekriegt. Also vielleicht kann man damit ein bisschen tricksen. Gut, als nächstes haben wir dann noch die Sets aus dem Normal-Mode. Und ja, selbes Spiel wie bei den anderen Sets auch. Ihr kriegt halt wieder aus allen Rates die kompletten Sets hier. Wir klicken die jetzt einmal nur schnell durch. Wenn ihr euch Sets nochmal im Detail genauer angucken wollt, wie die aussehen, dann könnt ihr das natürlich auch ingehen bei den jeweiligen Klassen machen und einfach die Sets in MOP durchschauen, was euch da so gefällt. Beziehungsweise ihr könnt natürlich auch selbst auf den PTR gehen und euch das Ganze angucken. Aber wie gesagt, das Ding ist nur noch bis einschließlich Sonntag am Start. Und danach ist die Testphase für den PTR erstmal abgeschlossen für dieses Event. Es kann natürlich sein, dass wir das Ganze verlängert beziehungsweise nochmal eine neue Testphase zu einem späteren Zeitpunkt bringt. So, dann sind wir jetzt beim nächsten Händler. Und zwar, der Händler verkauft uns Toys für schon ein bisschen mehr Marken, zwischen 2200 bis zum Ende 50.000 Marken. Das ist auch so ein bisschen nach Seltenheit gestaffelt. Und die allermeisten Toys sind Toys, die man aktuell schon in Pandaria holen konnte oder kann. Und die sind halt fast alle von Rares. Ihr seht hier, das ist von dem Rare. Das ist selten, also von dem Rare, von dem Rare, auch vom Rare. Also das sind eigentlich so gut wie alles Toys, die ihr von Rares gedroppt gekriegt habt. Und eigentlich ist da nichts super Specialiges dabei, bis auf ein Item, wie ich finde. Und zwar, wenn wir uns das jetzt gleich mal angucken, das ist nämlich, ähm, okay, es sind ein, zwei Items, wo ich vielleicht erwähnen sollte. Also das Schneckenhaus, das droppt ja im Thron des Donners von diesen Schnecken und ist ziemlich selten. Das könnt ihr euch, wenn ihr das jetzt partout nicht kriegt, hier für 50.000 von den Marken farmen, ne, oder beziehungsweise kaufen. Also, Blizzard ist anscheinend schon bewusst, dass das ziemlich selten ist, weil das haben sie halt für wesentlich mehr gemacht, als irgend so ein 0815 Rare Toy, ne. Also sie haben da anscheinend schon ein Gefühl für. Denn diese ewige Flammenkessel, ehrlich gesagt, der ist nicht wirklich selten. Da haut er einfach diese Elite-Mobs auf der Timeless Isles um und dann kriegt er den eigentlich ständig. Ich weiß nicht, warum der jetzt 50.000 kostet. Also ich finde den nicht selten. Aber das einzige Item, was ich noch brauche, was richtig selten ist, ist die Minimana-Bombe. Und die hat man nur gekriegt, weil man während Mist of Pandaria, oder ich war das im Pre-Patch, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, da gab es ein Szenario, wo Terramor angegriffen wurde, wo Garos quasi die, mit der riesen Mana-Bombe Terramor zerstört hat. Und ich habe das mit dem Allianz-Chart damals gemacht. Und das Problem an der Stelle ist, Allianz-Charts haben den Wappenrock als Belohnung gekriegt, wenn sie das damals gemacht haben. Und die Hordler haben die Minimana-Bombe gekriegt. Du konntest aber nur die Belohnung während dieses Pre-Events kriegen. Es gab dann zwar später den Händler, wenn du quasi die Heldentat hast, dass du es im Pre-Event gemacht hast, dann konntest du dir das später noch kaufen. Aber als Allianzler konntest du nur den Wappenrock wiederholen und als Hordler nur die Mana-Bombe. Und das Problem ist, naja, ich habe das dann nur auf dem Alijar gemacht. Dementsprechend bin ich nie in die Mana-Bombe rangekommen. Hier kann ich es mir kaufen. Also das hypt mich auf jeden Fall schon sehr, dass ich jetzt quasi an dieses Removed-Item rankomme. Mit dem ganzen T-Mock, da muss man mal gucken, wie Blizzard es umsetzt mit den IDs. Wie gesagt, ich vermute, dass wir wieder Probleme mit den Assembles kriegen würden. Und ja, das ist aber nur relevant für Leute, die wie ich ID sammeln. Wenn ihr Unique Appearance, also nur das Aussehen, farmt, dann ist das für euch vollkommen wurscht. Das ist halt nur für die Special-Leute wie mich relevant. Genau, das waren jetzt soweit alle Händler, die man hier abklappern kann. Und ihr seht, Flugmount, was ich vorhin gemeint habe, ist mega slow. Keine Ahnung, warum das so ist. Und der Drache, wenn ihr jetzt Drachenfliegen macht, ist eigentlich ähnlich schnell wie in Dragonflight. Also weiß ich jetzt auch nicht, was da Blizzard geplant hat oder warum das so ist. Auf jeden Fall, ja, kann ich euch dann empfehlen, das Drachenfliegen zu benutzen. So, jetzt gibt es noch einen Haufen Achievements, die wir uns angucken können. Ich würde sagen, das machen wir in einem Extra-Video, weil jetzt sind wir eh schon 25 Minuten hier dabei. Falls ihr das auch noch sehen wollt, da gibt es einige Belohnungen, die ihr dadurch kriegt. Meistens Browser, dann könnt ihr gerne im nächsten Video reingucken. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Falls ihr jetzt hier schon sehr verstärkt unterwegs wart auf dem PTR, schreibt mir auch gerne noch eure Erkenntnisse rein. Ich habe jetzt das zusammengetragen, was ich mir jetzt am Anfang so angeguckt habe. Wie gesagt, gelevelt habe ich hier noch nicht groß. Da sind bestimmt noch mehr Sachen mit beinhaltet. Und ja, dann sind wir am Ende vom Video. Habt mich, bevor ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.